Hallo und willkommen in einem neuen Video von mir. Wie ihr sehen könnt, bin ich ja umgezogen in einen neuen Planer, aber die Einlagen sind aber noch gleich, nur das Flyleaf ist anders. Aktuell sind wir in dieser Woche. Heute ist Freitag, heute habe ich frei. Kindermuseum klappt nicht, der Kleine ist total krank. Und ja, ich würde gerne mit euch die Kalenderwoche 39 machen und dazu würde ich mir jetzt erstmal die Einlagen entfernen. Okay, also ich glaube, ich weiß noch gar nicht so richtig. Ich will auf jeden Fall diese Blätter benutzen. Das ist von diesem Tape hier. Da habe ich schon so ganz viele schon vorbereitet. Und das ganze Wochenende ist, habe ich mir so einen Kursbesuch, einen Workshop, das würde ich dann in dunkelgrün kennzeichnen. Da habe ich schon mal gemacht. Na ja, nicht ganz ordentlich. Ganz schön dunkel. Und dann fängt das hier an. 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 So, sieht jetzt meine Woche aktuell aus. Das ist herbstlich, wie man sehen kann. Hat jetzt trotzdem irgendwie. Ich glaube, es sieht gar nicht so aus, aber über eine halbe Stunde gedauert. Ich glaube, es dauert das hier an. Und dann fängt das hier an. Und ja, es ist ein bisschen, ja, ist ein bisschen, ja, aber es geht. Ja, aber es geht. Es ist ja nur eine Woche und meine Lieblingswoche wird es nicht sein. Und ich mag das hier anher Lightfoot, aber ich mag haben, ja, es ist ein pinpointer, ja, ich mag das hier an. zusehen. Bye, bye!